Heute werden bei den Sanierungen Öl- und Gasheizungen oft nicht erneuert, weil es einfacher ist und ein Ersatz auf den ersten Blick teurer erscheint. Dabei lohnt es sich aber langfristig auf eine nachhaltige Heizung umzustellen, finanziell und fürs Klima. Die höhere Investitionskosten bei einer klimafreundlichen Heizung müssen die tieferen Betriebskosten gegenübergestellt werden. Auch für das Klima ist ein Ersatz wichtig. Der Schweizer Gebäudepark ist für rund ein Drittel der CO2-Emissionen in der Schweiz verantwortlich. Dabei haben rund 60% der Schweizer Liegenschaft nur Öl- oder Gasheizungen. Das ist ein sehr hoher Anteil und der muss in den nächsten Jahren drastisch reduziert werden. Das ist ein sehr hoher Anteil und der sich dann in der Schweiz verhaftetes und der sich die T GS. Ausatmen werden sozusagen in der Schweiz verwendet.